Das nächste Let's Play steht an. Werft ins Säckel, hier ist noch viel Platz und wenn ihr richtig viel reinwerft, kommt ihr sogar in meine Kompanie. Dann reisen wir hier durch die Lande bis nach unten hin. Ich kann ja schon mal vorgehen. Ah, schlechte Idee! Willkommen zu Folge 49 dieses Let's Plays, wo uns endlos viele Level 9 Gegner erneut erwarten. Der schlechte Traum wiederholt sich in der nächsten Nacht und ich werde jetzt alles versuchen, was ich irgendwie kann, um mit dem dürftigen Wissen, das ich gesammelt habe, hier irgendwas zu reißen. Der kommt als erstes dran. Ich habe aber zwei Züge und kann ich die, glaube ich, in der ersten Runde sogar wegbewegen. Super. Also was heißt denn Ausgang blockieren? Hier, oder? Das heißt Ausgang blockieren, mich hier hinzustellen. Und dann zu suchen. Und mit dem Rhino mache ich das genauso. Ich darf aber, ich muss jetzt den Schuss nehmen, weil sonst darf ich nicht mehr suchen. Slowdown ist doch praktisch. Und den Punkt hole ich mir jetzt nicht wieder. Ja, aber ich glaube, ich habe genug zum... Wenn sie ganz pingelig sind, gehe ich... Wie weit kommt denn der noch? Ja, reicht für diese Runde. Also wenn sie ganz pingelig sind... Nein. So. Stell ich mich jetzt noch hier hin. Dann ist es wirklich komplett abgedeckt. Und suche noch. Ja, das bringt jedes Mal weniger. Ich kann es nicht ändern. Gott, kommt der weit? Oh, knapp. So, und dann stellen wir jeweils zwei weitere noch vor die beiden anderen Eingänge. Genau. Und lassen Stefan H. vorher einmal sein Gift hier wirken. Wenigstens etwas. Dann... Vielleicht wird nicht mal das was bringen, so wie ich dieses Spiel könne. Läuft der hier hin. Und sucht. Und Toream. Rainman darf einmal hier schießen. Nee, darf er nicht. Weil sonst darf er nicht mehr suchen. Also kann er auch gleich da hinlaufen. Er kommt nicht mehr hin. 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 Okay. Dann... Dann... Dann schießt er einfach so ein bisschen auf den. Aber besser gesagt auf den. Ja, genau. Dann machen wir das anders mit ihm. Dann läuft er hier hin. Wenn schon, denn schon. Genau. So und er. Und er. Läuft hier hin. Und sucht. Und er. Läuft hier hin. Ist ja auch scheiße irgendwie. Dürft ihn wenigstens einmal angreifen. Aber wenn er ihn angreift, dann werden alle vergiftet. Das ist doch alles. Blöd. Läuft hier hin. Und sucht. Okay. Ich habe jetzt eigentlich maximal gesucht. Bis auf ein. Bringt nix. Bringt nix. Oder doch. Hat was gebracht. Sie sind nicht reingekommen. Doch. Das hat... So muss man das spielen. Man muss antiz... Aber die anderen kommen doch aus der Decke gesprungen. Was soll ich denn da machen? Hä? Ich verstehe es nicht. Oder kommen sie jetzt trotzdem? Ne. Sie sind nur... Hm. Interessant. Ich verstehe es nicht ganz. Aber schaut mal. Ich habe... Ich brauche... Vier Runden. Ich überlebe doch das im Leben nicht. Vier Runden lang. Also... Rhino darf einmal kostenfrei schießen. Sozusagen. Hat einen ewigen Angriff? Ne. Und um wenigstens den... Es wird nicht reichen. Fuck. Dann sucht er halt. Aber ich weiß es auch nicht. Wenn die jetzt da runterkommen, heißt es doch, dass die auf jeden Fall reinkommen? Oder was heißt das? Oder... Wenn sie geblockt sind, gibt es keine Möglichkeit reinzukommen? Ne. Ich suche lieber. Und lächerlich. Geht doch da raus, wo die reinkommen! Und ich habe in der letzten Folge noch gelobt, dass sie sich immer neue Sachen einfallen lassen. Darf ich das Lob zurückziehen? Geht doch da raus, wo die reinkommen ist. Und ich habe in... 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 Wie weit kommt der denn? Er kommt bis an den ran. Soll ich ihn eigentlich schon umhauen? Und das schafft am ehesten der Niebeck. Aber der hat keinen Zweitangriff, wenn er es nicht sofort schafft. Aber es müsste eigentlich reichen. Sieht so aus. Und? Jetzt schafft er es nicht zurück. Fuck. Okay. Okay. Der läuft jetzt ein Stück vor. Ergiftet die beiden. Untot aber, hustenanfällig. Und läuft jetzt hier hin. Und macht die Suche. So. Dann. Den haben wir noch der Rainman-Butter-Tier. Nie weg. Der läuft jetzt sofort hier hin. Und macht die Suche. Ich werde vier Runden brauchen. Also noch zwei. Ich sehe nicht, wie wir das nächste Runde schon schaffen. Jetzt kommt eine super flinke Ratte. Die uns aber wenigstens keine... Aber bloß Fieber. Das ist okay. Keine tödliche Verwundung beibringt. Jetzt kommt Lurking Horror. Der hat natürlich eine fantastische Chance. Hier beide zu treffen. Da ich nicht glaube, dass ich es in drei Runden schaffe, mache ich das jetzt auch. Und dann gehe ich zurück hier hin. Oder auch, weil das, keine Ahnung, kam ja trotzdem ruhig davor stand. Weiter weg. Und jetzt haben die sich die ganze Zeit nicht bewegt. Weswegen ich jetzt das hier mache. Zurücklaufe. Suche. Und es neu setze. Plague infected Wound. Fieber. Was man halt so braucht. Ja, das davorstehen scheint zu reichen, aber man muss wirklich raten, wo das sein wird. Das ist doch wirklich ein hirnrissiges Konzept. Oder halt dann nach der fünften Schlacht Wiederholung wissen, wo es ist. Hm. Ah, und er darf jetzt auch nicht suchen, wie unangenehm. Aber jetzt darf er suchen. Und? Das Gefühl, wir müssen uns ganz genau überlegen, wo wir hingehen und warum. So der Nie weg. Wenn der das jetzt auflöst, ist er ja auch tot. Oh Gott. Ich gehe stumpf nur noch drauf und hoffe, dass ein paar überleben, auf diesen Ausgang suchen. Willpower safe. Sehr gut. Aber wahrscheinlich wird er jetzt vom Fieber gekillt. Ne, er war schon dran. Alles wird gut. Wie die auch mal kurz meine Rüstung mit einem Schlag wegfrühstücken. Ist auch völlig hirnrissig. Das sind ja die Kämpfer mit den Fäusten. Ich sage mal, Level 9 Fäuste. Die sind Titanium gestellt. Ne, 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 ich sag's euch. Ich sage mal, ich sag's euch. Rhyno ist noch nicht dying. Keiner ist dying. Alle sind vergiftet. Wow. Jetzt ist er dying. Okay. Wenn ich ihn jetzt bewege, war's das für ihn. Und stattdessen bewege ich Rain-Man. Und zwar... Rain-Man kann gar nicht verarzten. Fuck. Ich hab mich wieder verklickt. Das war Rain-Man. Das war Rain-Man. Nein. Vielleicht wird's ja abgelenkt. Nein. Ah. Der nächste ist dying Rhino. Aber wartet mal. Wir haben noch... Er kann auch nicht verarzten. Also... Nie weg ist tot. Und... Ich glaub' Ray-Rhyno auch. Ihr glaubts mir nicht gar... Ich aber sage euch, so ist es. Weil er jetzt vom Gift geplättet wird. Wenigstens noch neben seinem Kameraden. Also. Nie weg. War auch beim letzten Mal der Erste, der starb. Nie weg. Der Hauptmann. Der treueste aus dem Anfangsteam. Gut. Und was... Was will er jetzt machen? Das Beste ist auch hier... Abzubrechen. Irgendwo hinzulaufen. Ich mach' ja ganz sinnvolle Sachen ins Spielen. Pass mal auf. Erstmal suchen. Und dann... Schlagen. Ach, schade. Kein kritischer Hit. Selbst das klappt nicht. Und den letzten möchte ich ungern verballern. Aber er könnte... Ne, er kann's nicht mal besiegen. So. Rhino. Haha. 92 Faden. Uiuiui. Ich finde, kommen zu wenig neue Gegner nach. Gut. Wir gucken, ob er irgendjemand gerettet bekommen. Der darf dann ein User Review auf Amazon über das Spiel schreiben. Lurking Horror. Okay. Stefan H. Stefan H. Rettet ihn. Das darf er. Sucht. Und läuft weg. Möglichst nicht allzu viel durchs Gift. Lurking Horror. Irgendwie nicht zu plätten. Aber jetzt. Das war Lurking Horror. Das war mein Lieblings... Sorry, Nivik. Aber Lurking Horror war ich immer mein Lieblingsheld. So. So. Wer war das? Ich hab den Überblick verloren. Stefan H. Glaube ich, oder? Willpower save. So. Die einzige Hoffnung ist, dass es jetzt der Letzte schafft... Mit diesem Klick... ... ... ... Victory! Yeah! Nur drei Tote! Kackspiel! Aber immerhin, wir kriegen nochmal neue rein. Ryan... Nein, es war Rhino! Es ist nicht Stefan Haas ein... Ähm. Das ist auch geiles Loot für so einen Kampf. Und die überlebenden... Hä? Rhino? Ja, eben. Was ist Last Fight? Rain Man. Stefan H., Toream haben sie überlebt. Das Lustige, die... Ja, Toream nicht, aber der Rest sind doch die Schwächen... Ne, Stefan H. ist auch schon sechs gewesen. Ja, echt ärgerlich. Dann wiegen die auch so viel, die Toten. Ja. Ja. Aber wenigstens hat meine Strategie funktioniert. Wie ist denn da noch angeschlagen? Okay. Alles darf ich nochmal anfangen? Das mache ich doch sofort. Als erstes speichere ich jetzt. In 49, muss das heißen. Ach, danach greifen mich, was mache ich die hier noch an? Wollen wir wetten? Okay. Aber jetzt bin ich ja halbwegs gewarnt. Was passiert? Keiner hat mehr Lust, warum eigentlich? Soka! Die habe ich noch nicht mal ausgerüstet. Soll ich das vielleicht mal tun? Okay, komm her. Kriegst du nicht. Ja, lass sie mal vorbeiziehen. Das ist gut. So. Ja. Da! min da! Viel mehr geht leider nicht. Und wir können natürlich die Rüstung jetzt mal umverteilen, das ist vielleicht insgesamt ganz geschickt. Nein, 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 das war gut, das war gut, erstmal bevor uns noch die Schweine da angreifen. Die schwermütige Musik passt gerade sehr gut für ihn nicht auch. Oh. 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 Okay, Toream. Griesing. 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 Fehler, glaube ich nicht. Rainman. darf noch nicht ja und die berufe sind verloren gegangen ja eigentlich was besseres für den stefan oder ja mehr kriegst doch dem ja oder man kann das deal power ich besser gebrauchen aufsteigen sollte mal viel mehr geht glaube ich nicht doch er könnte restricter ja 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 mit kämpfen durfte Andere würden sich freuen, wenn sie so früh schon so ausgerüstet wären. So. Also. Riesig. Und dieses Mal riskieren wir nix. Wenn man das mal weiß. Noch einen mit acht. Schubs Nois. Noisy. Ne, wir wollen nicht Noisy sein. Okay. Okay. Kann man da noch irgendwas austauschen? Doream raus. Und ein Pony dazu. Noisy. Ja, also dann lassen wir es halt, oder? Oder wir optimieren auf Willpower. Das wäre auch noch möglich, dass wir es darüber schaffen. Weil. Ah! Ah! Wegen drei! Aufgestiegen ist auch keiner. Okay. Wir lassen's. Bye, bye. Und wir kommen sogar von den vier. Das war noch Glück im Unglück. Meine Güte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht ihr, was ich sehe da hinten? Ich ertrage keine weiteren Kämpfe. Wir sind hier in einer zu schweren Provinz. Aber das ist schon unsagbar geil, oder? Also ich finde das. Das erinnert mich an dieses They are billions. Jetzt sollte man vielleicht nicht gerade rasten. Wir sollten es ja einfach wegkommen. Weil wenn ich jetzt raste, kriege ich ja auch noch... Aber die machen gar nichts. Die wollen nur spielen. Nein, sie wollen wir... Ah! 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 es sind zum glück nur 100 und das muss ich hier muss ich hin ja dann okay kriegen wir hin gar nicht so viele was haben die so sieht man ein level level 9 ach so okay als die verwundbarsten noch nicht mehr so viele müssen eigentlich nur eine runde dann überleben dass das schaffen war das ist ja piece of cake ausnahmsweise mal darf nur kein vergessen hier aber er doch da oben geht es auch aus kein problem kein problem und die verwundbarsten warum schlafen die alle also das heißt dass er erschöpft sind ja okay krisen klaus stefan hält nicht viel aus ist aber schnell das bringt immer wieder nix so machen wir das okay hier geht es auch aus oder es wäre ja pervers wenn es anders wäre dann sartorien der ist halt langsam um ja Ah! halb gilt leider nicht nächste runde mein mann 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 aber es kriegen übrigens mal mit wie es ist wenn man ein bisschen zu ruhe eingekehrt ist in so ein schweres gebiet was das für erschreckende konsequenzen der sukar nicht anders platzieren sollen glaube ich so im nachhinein ich glaube da unten kann nichts passieren nächste runde fliehen wir halt alle ein brain man keine sorgen machen der kommt weg und da müssen doch fliehen dürfen oder aber das wurde hat hier alles was anderes als retreat ok da also dann muss ich in der folge runde erst tatsächlich fliehen unangenehm ja ein paar stehen dann allein erst mal rum weil sie langsamer sind ok torrem schafft das auch in zwei runden nicht ach du heilige und wenn es hier doch nicht raus ginge aber doch das ist eindeutig dass es da raus geht also erst mal wegziehen und dann braucht er halt zwei runden aber die kommen hoffentlich nicht an den rhein oder überlebt oder was weiß ich das wird schon gut gehen unglaublich was die an schaden anrichten und wie wenig hier im gegenzug eigentlich kann man da nur heulen was war das denn jetzt warum durfte der sich nicht mehr bewegen da muss ich mich wieder verklickt haben andere möglichkeit sehe ich eigentlich nicht das ist ja gar nicht gut dann ist restriktur jetzt tot als nächster restriktur wird das nicht überleben willpower gerettet ok willpower gerettet nö das wird unsere kompanie weiter verkleinern klaus wird sich jetzt so schützen noch vor ihn stellen aber da krisen ja auch noch verwundert ist bringt nichts der ist tot krisen ist tot außer ich komme dort doch noch mit einem dran nö das war's doch ne ich hab noch mal nächste runde gott sei dank ok ach das ist ja echt von lustig so ok moe oder soka soka muss jetzt leider hier mal retten das restriktur ist noch gar nicht am sterben ich mache es aber auch echt fehler ich 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 ach die steht die kommen es aus dem gebieten dass ich fliehen soll na dann kann ja nichts mehr schief gehen ok ist erstmal hier retten was zu retten ist ach du heilige stehen sie im schlamm und können nichts machen stefan h könnte wenn er an ihn dran kommt kommt er also das spiel zeigt mir recht deutlich gerade den stinkefinger in so vielen bereichen dass ich über meine aber das einfach zu früh die falsche provinz nur hatte habe ich nicht gemerkt rechtzeitig dass ich über mein privates weiterspielen noch mal ganz ernsthaft nachdenken werde weil ich habe persönlich keine lust mehr auf spiele die mich rusten wollen in der form so restriktur haut noch mal zu ne der haut nicht zu weil es so lächerlich ist stirbt ist am sterben also ich werde mit einem entkommen oder weh ich beende die folge und ich werde zur letzten stadt zurückkehren das ist witzlos und ich werde mit einem